Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herms Promikorna. Ich freue mich sehr, eine tolle junge Künstlerin heute via Zoom dabei zu haben. Wir sehen uns vis-a-vis, aber ihr, liebe Hörer, hört uns nur in Ton. Ich freue mich sehr, dass sie da ist aus Stuttgart. Herzlich willkommen, Kim. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Kim, bevor wir über dich und deine Musik ein bisschen intensiver reden, vielleicht mal so zwei, drei Sätze von dir zu dir über dich. Ja, so eine Kurzvorstellung, ein paar Sätze für die Hörer. Ja, also ich bin Kim, ich komme aus Stuttgart, ich bin Singer-Sangwriterin und habe jetzt im April meine erste EP veröffentlicht. Ich mache Deutschpop und ja, genau, das sind so ein paar Sachen über mich. Dann wollen wir mal ein bisschen weiter zurück in deine Vergangenheit. Irgendwann hast du ja mal mit Musik angefangen. Bist du da irgendwie vorgeprägt worden, dass zu Hause jemand gesagt hat, so Kim, du lernst jetzt Blockflöte und damit hattest du es? Oder wie war das bei dir? So streng war es bei mir nicht. Ich habe aber schon früh Klavier angefangen zu spielen, beziehungsweise habe Unterricht bekommen. Meine Familie ist eigentlich recht musikalisch und jeder spielt ein Instrument bei uns zu Hause. Aber es war jetzt nie irgendwie Pflicht oder sowas. Kannst du dich denn noch an deinen ersten Song erinnern, den du geschrieben hast und vielleicht auch, worum es da ging? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß es noch. Es war sogar auf Englisch und ich war 14 oder so. Und es ging um meinen ersten Liebeskummer. Und es hatte irgendwas mit Sonnenblumen zu tun. Und ich weiß noch, dass ich es dann meinen besten Freundinnen vorgespielt habe und sie dann geweint haben. Und dann dachte ich, naja, Song schreiben fällt mir vielleicht doch gar nicht so schwer. Ist vielleicht doch ganz gut. Aber thematisch natürlich der Klassiker, ne? Ja, der Klassiker. Ganz klar. Ganz richtig. Du hast es eben gesagt, du kommst aus Stuttgart. Meine Eltern haben fünf Jahre in Stuttgart gelebt. Also von daher kenne ich die Stadt ein bisschen. Wir haben also etwas außerhalb des Kessels in der Nähe von Flughafen geboren. Aber was ist das Besondere für dich, Kim, an Stuttgart? Stuttgart ist für mich schon auf jeden Fall Heimat. Und auch irgendwie ein kleines Dorf. Natürlich ist es eine große Stadt, mehr oder weniger groß. Aber es ist schon auch alles sehr nah beieinander. Und ich mag das irgendwie. Und mittlerweile kennt man sich hier einfach wie in so einem kleinen Dorf. Und man begegnet sich öfter. Und ich mag das irgendwie hier. Und ich mag auch, gerade was du auch schon gesagt hast, das mit dem Kessel. Natürlich immer ein bisschen schlecht mit der Luft manchmal. Aber was man halt hat, ist diese schönen Ausblicke dann. Man hat halt super viele Orte, wo man den Ausblick genießen kann. Und das finde ich sehr schön in Stuttgart. Ich meine, wer mit dem Auto da hinfährt und Bock darauf hat, sollte auf jeden Fall die alte Weinsteiger und natürlich auch die neue mal runterfahren. Weil das ist natürlich immer ein Erlebnis. Gerade wenn man es im Dunkeln macht und dann in die Stadt reinfährt. Dieses Lichtermeer, das ist schon gigantisch. Aber es macht nicht so viel Spaß, wenn man durch den Smogdeckel fährt. Das habe ich zweimal gehabt. Also das ist dann in Stuttgart dann doch nicht so schön. Und das ist dann im Drinnen extrem warm und ohne Luftzucht. Das ist für mich als Norddeutscher, der die Küste kennt, schon eine heftige Nummer. Ja, das sind wir hier halt gewöhnt. Kim, Musik spielt eine große Rolle in deinem Leben. Das merkt man in dem Gespräch jetzt schon. Aber gibt es daneben auch noch Hobbys abseits der Musik? Oder hat das alles irgendwie, was du tust, doch damit zu tun? Das hat mich vor kurzem auch jemand gefragt. Und ich musste wirklich auch ein bisschen überlegen. Klar habe ich noch andere Hobbys. Ich mache gerne Yoga und die üblichen Sachen treffe mich mit meinen Freunden und alles. Aber ich muss schon sagen, dass das auf jeden Fall einen großen Raum einnimmt. Weil es einfach auch das ist, was ich am meisten liebe und einfach am meisten mache. Und auch irgendwie da keinen Druck empfinde oder sowas, das jetzt irgendwie machen zu müssen oder so. Und deswegen nimmt es schon sehr viel Platz ein bei mir. Gut, dann lass uns mal über deine große Liebe zur Musik sprechen. Und jetzt würde mich natürlich mal interessieren, kommen wir mal zu dem Thema Live-Part. Was jetzt natürlich durch die ganze Pandemie ein bisschen schwerer oder fast gar nicht möglich war. Aber vielleicht kann ich dir ein kleines Geheimnis entlocken. Gibt es denn, bevor du auf die Bühne gehst, was weiß ich, 20 Minuten, eine halbe Stunde vor, irgendwelche Rituale oder Spleens, die du durchlaufen lässt, wenn es irgend geht? Oder bist du da sozusagen ritualfrei? Ich weiß nicht, ob es ein Ritual ist, aber auf jeden Fall ist es so, dass ich davor, zum Beispiel wenn ich mit meinem Gitarristen spiele oder mit meiner Band spiele, dass ich dann auf jeden Fall immer alles zehnmal frage und dann Sachen vergesse und dann sage, und wie war das nochmal und was kommt dann nochmal und wie war das nochmal? Also so bin ich dann ein bisschen. Und dann aber fünf Minuten vorher bin ich komplett ruhig, weil ich dann nur Wasser trinke. Und ja, aber es gibt jetzt kein typisches Ritual, wo ich sage, okay, ich trinke jetzt irgendwie einen Ingwertee, ein, zwei Schlücke vorher und dann geht es los. So nicht. Gut, gehen wir mal einen Schritt weiter. Irgendwann ist ja dann die Zeit vorbei, da musst du sozusagen ja auf die Bühne. Wie wichtig ist dir aber der Austausch mit dem Publikum, wenn du da oben stehst oder auf Ebene Erde, je nachdem, welchen Location auch immer das ist? Ja, sehr wichtig. Ich finde das total interessant, auch die Reaktion vom Publikum zu sehen und mitzubekommen, okay, was feiern die gerade total oder welchen Song mögen die einfach oder ja, einfach zu sehen, was berührt, was berührt das Publikum und mit was kann ich irgendwie, ja, wo können sie sich angesprochen fühlen? Und ich finde, das sieht man ja auch voll oft im Blick und an der Reaktion. und das ist voll schön. Deswegen ist es eben schade, dass man das halt gerade einfach nicht so hat und dann eben nur durch Nachrichten auf Social Media oder sowas bekommt. Und was dann eben umso wichtiger ist, weil dieser Austausch Face-to-Face halt einfach total fehlt. Jetzt kommen wir mal zu deiner EP, die du ganz zu Anfang angesprochen hast. Sie heißt auch Null. Da sind fünf Songs drauf. Wie das fertig war, also diese EP so in Gänze, sage ich jetzt mal, was war das für ein Gefühl für dich? Also, es war auf jeden Fall sehr aufregend und sehr aufwühlend auch und irgendwie ging alles so schnell für mich, dass ich gar nicht so richtig irgendwie das jetzt fassen konnte, dass ich jetzt schon eine EP irgendwie fertig habe und dass das jetzt fünf Songs von mir sind. Das muss ich manchmal selber noch immer noch so ein bisschen realisieren. Aber es war auf jeden Fall, also es ist natürlich so, wenn man so eine EP fertig hat oder diese ganzen Songs fertig hat, dann hat es irgendwie so ein Ende von was. Und das ist natürlich auf der einen Seite richtig, richtig schön, weil man damit irgendwas abschließen kann, auch thematisch. Aber zweitens ist es halt auch so ein bisschen traurig, wenn man dann so diese Songs fließen lässt und gehen lässt und dann eben sich anschaut, wie die ankommen oder was andere darüber denken. Das ist halt auch total aufregend. Kim, ja, du hast das ja eben nun gesagt, das ist immer ein besonderes Gefühl, wenn man sowas veröffentlicht. Aber jetzt jemand kommt und sagt, Mensch, Kim, kannst du mir deine Musik mal beschreiben? Was ist das für eine Stilrichtung? Du hast es vorher gesagt, so ein bisschen Deutschpop, aber Einflüsse aus verschiedenen Richtungen kommen ja da rein. So, das ist ja letztendlich wie ein Haus. Das ist ja auch unterschiedlich eingerichtet. Jeder hat da so seine anderen Vorstellungen. Wenn du deine Songs oder deine EP jetzt als eine Art Haus oder Gebäude oder sowas in der Form beschreiben solltest, was würde sich da wiederfinden? Oder wie würden vielleicht die Zimmer aussehen? Also so eine Art Übersetzung deiner Songs in das Haus, in das Gebäude, in welcher Art auch immer. Ja, also ich glaube, ich würde es mir so vorstellen, dass es auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Haus ist mit ganz vielen Zimmern und jedes Zimmer hat so seinen Song. Und erst mal ist, glaube ich, gar nicht viel los. Es ist ziemlich leer, weil ich nicht so bin, dass ich vielleicht dann auch immer sofort sage, was ich fühle und so. Und wenn man dann jede Tür nacheinander aufmacht, dann kann man so ein bisschen entdecken. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an Polaroid-Moment denke und die Türe in das Zimmer aufmache, dann würde ich auf jeden Fall ganz viele Farben und ganz viel Buntes sehen. Und das wäre auf jeden Fall schon alles so ein bisschen ordentlicher, auf jeden Fall. Aber wenn ich dann zum Beispiel ins Zimmer weitergehe und dann allein mit dir oder bye-bye-bye höre, dann ist es auf jeden Fall so, dass richtiges Chaos herrscht. Ich bin ja eigentlich auch ein sehr unordentlicher Mensch. Da ist es dann so, dass ich dann reinkomme und ja, ich sehe eigentlich so ein Wohnzimmer, wo überall noch ein bisschen Zeug rumliegt und Bücher und Sachen unterwegs sind. Und so würde ich es mir klar vorstellen. Ich glaube, dass man zuerst gar nicht so richtig sieht, was eigentlich so los ist in mir. Und dann erst, wenn man so ein bisschen Tür für Tür aufmacht, das entdeckt. Okay, dann ist das das Entdeckungshaus von Kim sozusagen. Also das steht hinter dir. Es lohnt sich dann manchmal ein bisschen die Türen aufzumachen. Okay, aber es lohnt sich auf jeden Fall, nicht nur die Türen aufzumachen, sondern eben vor allen Dingen deine Musik zu hören. Und da wollen wir jetzt noch heute über einen oder anderen Song ein bisschen näher sprechen. Und da wollen wir jetzt noch heute über einen oder anderen Song ein bisschen näher sprechen. Und zwar, du hast es eben schon gesagt, Polaroid-Moment war die erste Single, glaube ich, von dir. Genau. Der Song taucht aber nicht auf der EP auf. Gab es dafür einen Grund? Ja, also ich glaube, dass er thematisch einfach nicht so ganz reinpasst in das Konzept von der EP. Und daher habe ich mich dann dazu entschlossen, dass wir den rauslassen und dann andere mit reinnehmen. Es gibt zu den Songs natürlich auch immer Videos. Es ist heutzutage eher schon fast gang und gäbe, dass man wenn man was veröffentlicht, eine Single oder ein, zwei Songs, dass da eben auch meistens dann die entsprechenden Videos zu gemacht werden. Und ich versuche jetzt mal, zwei Songs nochmal rauszugreifen. Das eine ist Horizont. Vielleicht magst du einmal ganz kurz auch dazu erzählen, worum es geht inhaltlich oder für dich, welche Sichtweise du da eingenommen hast. Und auch die Übersetzung in die Bilder, wie die Vorangehensweise war oder was dich gereizt hat oder veranlasst hast, das so zu machen. Ja, Horizont hebt sich da ein kleines bisschen ab von den anderen Songs, weil es schon sehr metaphorisch geschrieben ist. Was ich mag, weil ich bei dem Song in erster Linie ein Gefühl transportieren wollte. Nicht unbedingt bei dem Song jetzt eine konkrete Geschichte, sondern eher dieses Gefühl von, okay, eigentlich ist doch alles irgendwie cool und irgendwie ist alles gut. Lass uns doch einfach weitergehen und weiterschauen und mal gucken, wie weit es geht, wie weit wir kommen und ob wir uns verstehen. Am Anfang ist immer alles cool. Ob es jetzt bei einer Freundschaft ist oder bei einer Beziehung oder was auch immer. Und dann so ein bisschen zu sehen, wohin das Ganze führt. Deine aktuelle Single heißt viel zu hoch. Sind manchmal die Ansprüche, die man an sich und an andere stellt, zu überzogen, weil man das sich selber und den anderen schlecht einschätzen kann? Oder weil man mehr rein in den anderen oder in sich selber projiziert, als wirklich dahinter steckt? Ja, also ich glaube schon, dass man manchmal auf jeden Fall so hohe Ansprüche an sich oder sogar auch an den anderen hat. Definitiv. Ja, ich meine, wenn einfach jeder mal irgendwie von Anfang an ehrlich wäre und auch irgendwie ehrlich über die Ängste und alles, was man so halt irgendwie mit sich trägt, dann wären solche Sachen, die zum Beispiel jetzt auch bei viel zu hoch sind, da war ich auch nicht ehrlich. Also gerade was das Thema angeht und hätte ich das viel früher gesagt, dann wäre zum Beispiel die andere Person nicht schon viel weiter als ich. Ja, aber man projiziert natürlich dann auch die Ängste auf jemand anderen. Da gibt es noch einen Song, der heißt Bye, Bye, Bye. Und da werde ich natürlich als analoger Musikmensch achte. Sehe ich sowas, kurioserweise wahrscheinlich immer sofort, der Plattenspieler. Das fasziniert mich ja auch. Und das gab auch noch eine Sanduhr dabei. Also diese zwei Requisiten im Video. Ja, vielleicht auch da mal die Umsetzung des Songs, in das Video mit diesen Requisiten. Hast du da bewusst darauf geachtet, zu sagen, okay, so ein paar Dinge brauche ich da mit drin, die das auch ein bisschen symbolisieren oder darstellen, was ich damit meine? Also es ist vorbei, die Platte ist irgendwann zu Ende, die Sanduhr ist auch irgendwann durch. Ja, also das freut mich gerade total, dass dir das aufgefallen ist und dass du darauf hinweist, weil manchmal man das so einfach wahrnimmt, aber gar nicht irgendwie darüber dann vielleicht nachdenkt oder so. Und das war mir total wichtig mit der Sanduhr. Ich hatte tatsächlich auch dann eine noch bestellt und die kam dann nicht rechtzeitig. Dann musste ich am Tag vom Video noch bei eBay Kleinanzeigen diese Sanduhr finden und sie war perfekt. Und genau, bei der Sanduhr ging es mir darum, genau, dass die Zeit abläuft. Und ja, ich wollte das halt einfach nochmal so, wie steht auch hier gerade bei mir, und ich wollte das auch einfach dadurch nochmal zeigen und visualisieren, dass es immer, immer, immer irgendwie läuft, immer läuft, immer läuft und irgendwann ist es halt um, weil alles geht vorbei. Also, was ich ja auch singe. Und bei dem Plattenspieler, das hat eigentlich eine andere Geschichte, denn ich, da ging es dann um meinen Ex-Freund, der mir einen Plattenspieler geschenkt hat. Und daher wollte ich, dass der dort mit drin vorkommt. Aber was du gerade gesagt hast, ist natürlich auch richtig und kann man auch so interpretieren. Das stimmt. Dann lass uns nochmal ein bisschen auf Besonderheiten eingehen, die dir passiert sind. Und ich habe das gelesen, dass du Autokonzerte als Support für Joris gemacht hast. Das ist ja nur eine ganz andere Art. Gut, man muss natürlich auch in den Zeiten ja erfinderisch werden. Also, ich weiß, dass die Band parallel, die ja auch aus Stuttgart kommt, ich weiß nicht, ob du die beiden Jungs kennst. Die haben ja dann diese Cabrio-Konzerte gemacht, was ich ja auch witzig fand. So, sie boxen hinten aufs Auto und dann gespielt. Aber wie war denn das für dich so als erst mal Support für Joris zu machen und dann eben, ja, Auto als Publikum zu haben? Ich sage das jetzt mal ein bisschen witzigerweise, oder das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das Auto sind ja die Publikum. Gut, die Leute werden vielleicht auch gestiegen sein, aber im Regelfall ist es ja wie Auto-Kino, nur dass man dann eben Konzert spielt. Wie war das für dich? Ja, das war alles sehr spontan und ich habe das dann zwei Tage vorher erfahren und das war alles ein bisschen aufregend, muss ich zugeben. Und das war auch mein erstes Auto-Konzert, deswegen wusste ich gar nicht, was da wirklich auf mich zukommt. Ich habe mich eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr darauf konzentriert, sondern einfach nur so, okay, jetzt muss es einfach laufen. Aber als ich dann auf der Bühne stand, da war ich dann schon sehr nervös am Anfang und ich dachte mir so, oh Gott, ich sehe gar niemand, also da ist irgendwie gar niemand, den ich irgendwie ansehen kann. Aber ich muss sagen, ich fand es gar nicht so schlecht. Also natürlich ist es anders schöner, aber die haben alle so fleißig gehubt und gerufen und manche dann aufs Auto gewunken und so. Das war dann schon schön, dann wenigstens diese Reaktion zu haben. Aber klar, ist natürlich kein Vergleich zu normalen Konzerten. Wenn wir jetzt mal die Zeitmaschine nach vorne raus und hoffen wir mal das Beste für uns alle, dass wir Musik wieder so genießen können, wie wir es möchten und nicht nur via streamen, was für euch Künstler ja zwar schön ist, auf der einen Seite was selber spielen zu dürfen, aber die unmittelbare Reaktion treibt einen ja dann doch meistens nochmal ein bisschen an und empfuscht sich gegenseitig. Das glaube ich fehlt vielen und mir auch, gebe ich ehrlich zu. Mir wäre es natürlich auch lieber gewesen, wir hätten uns persönlich irgendwo beim Konzert getroffen und das Interview gemacht als jetzt über diesen Weg, aber es funktioniert ja dann doch in irgendeiner Form. Aber blicken wir doch mal ein bisschen hoffentlich positiv in die Zukunft. Vielleicht, ich sage jetzt mal, nehmen wir mal 2022, wo die Chancen vielleicht noch höher sind. Oder insgesamt, welche Projekte hast du im Kopf, die du verraten magst, was möchtest du machen? Gibt es zu der EP noch neue Songs, die irgendwann dazukommen? Und irgendwann, das, wie ich jetzt so schön sage, den Longplayer, also eine komplette CD, gibt es noch eine Tour, so grundsätzliche Art, die ihr sagt, das würden wir gerne machen. Gib uns mal einen kleinen Einblick in deine Zukunftsplanung. Also, momentan ist es so, dass ich gerade echt viele Songs schreibe und gerade auch Songs sammle, weil ich dann schon auch gerne ein Album nächstes Jahr veröffentlichen möchte. Ich bin jetzt gerade an der nächsten Single dran und schaue mal, wann ich die veröffentlichen werde. Ich lasse mir jetzt ein kleines bisschen Zeit noch nach der EP, aber auf jeden Fall, ich schätze jetzt mal im Sommer kommt dann, ja, Ende, oder ich weiß es noch nicht genau, auf jeden Fall im Sommer, schätze ich, dann kommt die nächste Single. Und natürlich möchte ich eine kleine Tour spielen oder vielleicht auch Support für jemanden. Das ging ja jetzt leider auch die ganze Zeit nicht. Ich habe jetzt auch schon einen Termin am 27. Oktober in Hamburg und da versuchen wir eben, dass wir da vielleicht auch eine kleine Tour irgendwie draus machen. Aber man kann es halt eben so schlecht planen. Aber auf jeden Fall bin ich dran und schreibe an meinem Album. Kim, letzte Frage in unserem Gespräch und das mal so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Wenn die gute Fee jetzt bei dir anklopfen würde und sagt, hey Kim, ich erfülle dir drei Wünsche, welche dürfen das sein? Also egal, privat, beruflich, für die Welt, was auch immer dir so einfällt. Ja, okay. Also tatsächlich wäre echt mein Wunsch momentan, dass es mit der Musik weiter bergauf geht, dass ich mehr Konzerte spielen kann und alles so wird, wie ich es mir vorstelle. Der zweite Wunsch ist, dass, ja, ich glaube, ich wünsche mir einfach, dass, ich bin gerade eigentlich echt glücklich, das ist ganz komisch, aber ich bin gerade wirklich sehr zufrieden, wie alles ist. Vor einem Jahr hättest du auf jeden Fall mehr Antworten bekommen, aber sonst wünsche ich mir Gesundheit, dass ich auf jeden Fall, dass alles gut läuft. Und dann wünsche ich mir, dass, ich wünsche mir noch, dass ich vielleicht mal noch so drei, vier Jahre oder so in New York wohne. Das wäre noch ein Traum. Ja, aber ich wünsche mir da noch ein bisschen Musik zu machen dort drüben. Das wäre schön. In Jazzclubs und so hätte ich auch noch Bock. Okay, dann hoffe ich, dass dir gute Fee genau zugehört hat, dass du dann irgendwann in New York spielst. Ich werde es dann ankündigen, wenn es so leid ist. Danke. Ich freue mich, dass du Gast meiner Sendung warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir dann unsere Fortsetzung unseres Gesprächs haben, wenn dein Album nächstes Jahr rauskommt. Herzlichen Dank, dass du da warst. Kim. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. War richtig schön, hat viel Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass wir uns dann bald sehen, vielleicht in Hamburg oder dann beim Gespräch nächstes Jahr.